Jean Baudrillard war ein französischer Medienteoretiker, Philosoph und Soziologe, der als Professor an der Université Paris X. Dufin lehrte. Er war ein einflussreicher, aber auch umstrittener Vertreter des poststrukturalistischen Denkens. Leben Der aus einfachen Verhältnissen stammende Baudrillard studierte zunächst Germanistik an der Sorbonne in Paris. Von 1958 bis 1966 war er Deutschlehrer an einer französischen Oberschule. Zugleich betätigte er sich als Literaturkritiker und Übersetzer und studierte Philosophie und Soziologie an der Universität Paris-Nanterre. 1968 promovierte er dort mit der von Henri Lefebvre betreuten Arbeit Lesestheme des Objets. Im gleichen Jahr übernahm er einen Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Paris-Nanterre. Von 1966 bis 1970 unterrichtete Baudrillard als Maitre-Assistent und von 1970 bis 1972 als Maitre de Conferences en Soziologie in Paris und erlebte. Dabei in Nanterre den Mai 68. Baudrillard sah sich selbst nicht als typischen Soziologen oder Philosophen. Berufssoziologe wurde ich aus Opportunismus so um das Jahr 1968. Damals war Soziologie die große Mode und für mich erschloss sie die Möglichkeit einer akademischen Laufbahn. Ich verdiente damit besser. Ich fühle mich aber weder als Soziologe noch als Philosophie-Ender-Philosoph, allenfalls als Theoretiker. 1976 erschien sein Hauptwerk Der symbolische Tausch und der Tod, das sich unter anderem auf Gedanken von Georges Bataille bezog. Die dort entworfene Simulations-Theorie entwickelte er in zahlreichen kleineren Schriften weiter, darunter die im angloamerikanischen Raum, einflussreiche Textsammlung Simulacrae und Simulation. Im Jahr 1987 habilitierte er mit L'Oltre par Louis-Meme, das sein bisheriges Denken noch einmal prägnant zusammenfasste. Von 1986 bis 1990 war er Director Scientifique Amiris an der Université Paris-Cx-Dauphine. 1995 erhielt er den Siemens Medienpreis. 2003 war er Fellow des Kollegen Friedrich Nietzsche. Neben seiner Arbeit auf dem Gebiet der Philosophie widmete er sich auch der Fotografie. Jean Baudrillard starb am 6. März 2007 nach langjähriger Krankheit in Paris. Denken In seinen frühen Jahren war Baudrillard ein vergleichsweise typischer linker-französischer Intellektueller, der in Jean-Paul Sartre Zeitschrift Les Temps Modernes mitarbeitete und von Denkern wie seinem marxistischen Doktorvater Henry Lefebvre und den linksradikalen Situationisten beeinflusst wurde, aber auch durch Strukturalisten wie Roland Barth und ethnologisch beeinflusste Soziologen wie Marcel Maus und George Bataille. Schon seine ersten Bücher befassen sich mit Kulturtheorie, Ökonomie und Sprachkritik, oft mit Bezügen zur aktuellen, gesellschaftlichen Situation und provokanten oder zugespitzten Thesen als thematische Anknüpfungspunkte. Damit bewegte er sich im Umfeld sozialistischer Theorien, erweiterte diese jedoch durch ausgiebige Analysen der kulturellen Sphäre und der Konsumgesellschaft, sowie durch den Versuch einer Verknüpfung von Materialismus und Strukturalismus, in dessen Zuge er Marx Kritik der politischen Ökonomiezeichen theoretisch interpretiert. Um 1975 wendet er sich beeinflusst durch die ethnologischen Studien von Marcel Maus zum Gabentausch und von Bataille zur Verschwendung bzw. zum Potlatsch dem Thema des symbolischen Tausches zu. Fortan spielt der symbolische Tausch für Baudrillard die doppelte Rolle eines Gegenprinzips sowohl zur politischen Ökonomie des Kapitalismus wie auch zum marxistischen Paradigma der Produktion, dessen Verhaftung im kapitalistischen Denken er in Lemiro Adela Production vehement kritisiert. In der symbolische Tausch und der Tod setzt Baudrillard diesen ethnologisch geprägten Ansatz fort, indem er die Todesrieten außereuropäischer Kulturen mit der Verdrängung des Todes in der westlichen Kultur vergleicht und dabei ein Verschwinden des symbolischen Tausches mit dem Tod konstatiert. Später gab es thematische Überschneidungen zum Schaffen des US-amerikanischen Soziologen Richard Zenit. Der symbolische Tausch und der Tod enthält auch eine erste systematische Fassung seiner Simulations-Theorie. Baudrillard unterscheidet drei Zeitalter des Zeichens bzw. drei Ordnungen des Simulakrums. Nach dem Zeitalter der Imitation und demjenigen der Produktion leben wir heute im Zeitalter der Simulation einem gesellschaftlichen Zustand, in dem Zeichen und Wirklichkeit zunehmend ununterscheidbar werden. Die Zeichen, so Baudrillard, haben sich von ihrem Bezeichneten gelöst und seien referenzlos geworden. Die Zeichencodes der modernen Städte, der Werbung und der Medien geben nur noch vor, entschlüsselbare Botschaften zu sein. In Wahrheit dagegen seien sie reiner Selbstzweck, mit dem das Gesamtsystem der Gesellschaft aufrechterhalten wird, damit jeder an seinem Platz bleibt. Die Zeichen simulieren eine künstliche Realität als Hyperrealität anstatt eine wirkliche Welt abzubilden. Vorformen und Andeutungen dieser Idee hatte Baudrillard bereits in seinen vorherigen Schriften formuliert. Konsumgüter existierten nicht primär als Gegenstände des Gebrauchs, sondern sie würden in ihrer ideellen Dimension als Zeichen für einen bestimmten Lebensstil konsumiert. Der Konsum, so Schloss Baudrillard damals, sei eine absolut idealistische Praxis. Deren Sinn sei Substitution, die als praktizierter Hedonismus und Alternative zur Aufgabe individueller Wünsche genutzt werden könnte. Aber erst seit der symbolische Tausch und der Tod sowie in zahlreichen darauf folgenden kleineren Schriften ZB, der Transparenz des Bösen, wird das Konzept der Simulation zentral. Die Entwicklung hin zur Simulation, die er auch als strukturelle Revolution des Werts bezeichnet, spiele sich parallel zu den Zeichen der Massenmedien auch im Bereich der Ökonomie ab. Dort entspreche ihr die Verselbstständigung der Konsumtion auf Kosten der Produktion, oder die Verselbstständigung des Tauschwerts auf Kosten des Gebrauchswerts. Baudrillard entwickelt somit auch mit Bezug auf Ferdinand de Sausschuer und mit einer historisch-kritischen Analyse verschiedener Kulturstufen. Eine Kritik der Marx-Schen ökonomischen Theorien von außerhalb der Ökonomie. Auch die medienteoretische Stoßrichtung der Simulations-Theorie, die vor allem auf Massenmedien wie das Fernsehen gemünzt ist, hatte Baudrillard bereits in einer früheren Schrift Requiem für die Medien vorgedacht. Darin wendet er sich unter anderem gegen die zeitgenössische Kritik der Medien als Instrument der Manipulation. Stattdessen entwickelt er sein Konzept der Simulation als Alternative zu den klassischen Manipulationsmodellen. In Requiem für die Medien zeichnet Baudrillard ein kritisches Bild der Massenmedien, deren Apparaturen dazu dienten, Kommunikationsprozesse hierarchisch zu vereinseitigen anstatt sie zu befördern. Anknüpfend an Marcel M. Kluhans Schlagwort Allermedium ist Allermessage betont Baudrillard gegen Hans Magnus Enzensberger und dessen Aufsatz Baukasten, zu einer Theorie der Medien gerichtet, dass es unmöglich sei, Massenmedien kritisch zu verwenden. In den 1980er und 1990er Jahren beherrschen Reflexionen über das scheinbare Ende der Geschichte und das Verschwinden des Ereignisses hinter der Simulation das Denken Baudrillards. Selbst der Krieg sei als Ereignis und konfrontative Herausforderung verschwunden, wie Baudrillard in seinen kontrovers aufgenommenen Analysen zum Golfkrieg 1991 folgert. Eine Reaktion gegen die Gleichgültigkeit der Simulation sieht er jedoch im Terrorismus, den er bereits in den 1970er Jahren anlässlich der Selbstmorde von Stammheim untersucht hatte. In den Anschlägen vom 11. September 2001 schließlich erblickt er einen Verweis auf das Ereignis als solches einen Versuch, durch das reine Ereignis den Zirkel der Simulation zu durchbrechen, indem er aus dem System die symbolische Gabe des Todes vergelte und es damit selbst der Logik des Gabentauschs folgend zu einer Art Selbstmord zwinge. In seinen Analysen der Terroranschläge betont Baudrillard zugleich aber auch, dass der Terrorismus keine zeitgenössische Form der Revolution gegen Unterdrückung und Kapitalismus darstelle und nicht zu rechtfertigen sei. In einem Interview mit dem Spiegel analysiert er den Terrorismus außerdem als fatale, unausweichliche Reaktion auf das Machtungleichgewicht der Globalisierung. Den dadurch losgetretenen Konflikt bezeichnet er als Vierten Weltkrieg, einen Krieg der Gattung Mensch mit sich selbst, der im Unterschied zum Dritten Weltkrieg dem Kalten Krieg ein entgrenzter, asymmetrischer und unkontrollierbarer Krieg sei, der nicht mehr eindeutig gewonnen werden kann. Das Leben Baudrillards wurde stark von seinem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten geprägt, das man als kritische Distanz bezeichnen könnte. In dem gleichnamigen Werk reflektiert er die Erlebnisse seiner Reiseerfahrungen in das Land. Einerseits zog ihn die Gesellschaft dort an, andererseits kritisiert er sie als vollendet primitive Originalversion einer Modernität. Zugleich jedoch beschrieb er dasselbe Amerika als Paradies, von dem er sagte, Kritik Baudrillards These vom Ende der Geschichte in der Simulation bildete Anlass zu zahlreichen Ein- und Widersprüchen. Vor allem seine Deutungen der Terroranschläge von New York und Washington als Mutter aller Medienereignisse überzogen ihn mit starker Kritik. Ebenso wie seine provokante Behauptung einige Jahre zuvor, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden. Auch sein oftmals assoziativer und unsauberer Stil brachte Baudrillard den Vorwurf mangelnder Wissenschaftlichkeit ein. So verwendete er oftmals mathematisch-physikalische Begriffe wie Raumzeit, Paralleluniversum, Möbius, Band, etc., in einer Weise, die nicht dem Verständnis der Mathematik oder Physik entspricht. Die Naturwissenschaftler Alain Sokal und Jean Brickmund bezeichneten sein Werk, wie das einer ganzen Reihe anderer postmoderner und poststrukturalistischer Philosophen als eleganten Unsinn. Bisweilen wurde Baudrillards Denken auch aufgrund seiner zum Teil gewagten Thesen mit Science-Fiction verglichen. Rezeption Der Schweizer Komponist Alfons Karl C.K. komponierte eine Homa Chagin Baudrillard für Ensemble, Auszeichnungen. Baudrillard war Preisträger des mit 100.000 Deutsche Mark dotierten Siemens Medienkunstpreises 1995, der in Kooperation mit dem ZKM verliehen wurde. Schriften Essays Reden Agonie des realen Merve Verlag Berlin 1978 ISBN 3-920-986-997 Heitran Hesse, Der Tod der Moderne Eine Diskussion Konkursbuch Verlag Tübingen 1983 ISBN 3-88769-015x Lasst euch nicht verführen Merve Verlag Berlin 1983 ISBN 3-883-96-032-2 Die göttliche Linke Chronik der Jahre 1977 zu 1984 Mathes und Zeitz München 1986 ISBN 3-882-21-362-0 Paradoxe Kommunikation Vortrag im Kunstmuseum Bern Februar 1989 Bentley Bern 1989 ISBN 3-7165-0660-5 Video Welt und Frack Tales Subjekt In Ars Electronica Philosophien der neuen Technologie Merve Verlag Berlin 1989 ISBN 3-883-96-0667 La Transparenz du Mal Essay S.U.L.E. Phänomenes Extremes Edition Galilée Paris 1991 ISBN 2-7186-0363-1 Deutsch Transparenz des Bösen Ein Essay über extreme Phänomene Merve Verlag Berlin 1992 ISBN 3-883-96-0985 Die Freiheit als Opfer der Information oder das Themes-Wahr-Syndrom In Dieter W. Portmann Zeichen der Freiheit Vorträge im Kunstmuseum Bern 1991 Ventili Bern 1992 ISBN 3-7165-086-4-0 Der reine Terror Ein Gespräch mit Eckart Hammel In Der reine Terror Gewalt von rechts Punkt Passagen Verlag Wien 1993 ISBN 3-8-5165-083-2 De La Marchandise Absolue Deutsch Von der absoluten Ware In Martin Schwander Andy Warhol Paintings 1960-1986 Hartje Stuttgart 1995 ISBN 3-267-0-01080 L'Esprit du Terrorisme Edition Galilée Paris 2002 ISBN 2-7186-0585-5 Deutsch Der Geist des Terrorismus Zweite Auflage Passagen Verlag Wien 2003 ISBN 3-8-5165-610-5 Punkt Monographien Lesestheme des Objets Galilée Paris 1991 ISBN 2-0-7-0-2-8-3-8-6-0 Deutsch Das System der Dinge Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen Dritte Auflage Campus Verlag Frankfurt am Main 2007 ISBN 9-7-8-3-5-9-3-3-8-4-7-0-2 La Societe de Consommation SES Mythes SES Structures Galilée Paris 2009 ISBN 9-7-8-2-0-7-0-3-2-3-4-9-4-4-Deutsch Die Konsumgesellschaft Ihre Mythen Ihre Strukturen Punkt Springer Wiesbaden 2014 ISBN 9-7-8-3-6-5-8-0-0-5-4-0-5-4-0-5-4-0-5-4-U-M-E-Kritik DL-E-Konomie-Politik Du Siegne Gallimard Paris 1986 ISBN 2-0-7-0-2-9-6-1-4-8 Deutsch Requiem für die Medien In Klaus Pias Kursbuch Medienkultur Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard Vierte Auflage DVA Stuttgart 2002 ISBN 3-4-2-1-0-5-3-1-0-3-279-300 Les Miróas de la Production Olle Illusion Kritik du Materialisme Historique Editions Galilée Paris 1985 ISBN 2-7-1-8-6-0-2-8-7-2 Les Chains Symbolicé la Morte Gallimard Paris 1989 ISBN 2-0-7-0-2-9-3-4-7-5 Deutsch Der symbolische Tausch und der Tod Mathes und Zeitz Berlin 2011 ISBN 978-3-8-8-2-2-1-6-6-5-3 Oplier Foucault Editions Galilée Paris 1977 Deutsch Oplier Foucault Zweite Auflage Rabenverlag München 1983 ISBN 23-9-2-2-6-9-6-4-2-2-2 Cole Killer Ollin lacken Siegnen Deut Deutsch Cole Killer Oder der Aufstand der Zeichen Merwe Verlag Berlin 1978 ISBN 3-920-986-989, Simulacris e-Simulation, Editions Galileo, Paris 1981, ISBN 2-7186-0210-4, Englisch, Simulacris e-Simulation, University of Michigan Press, Michigan 1994, ISBN 0472-09521-8, Les Strategies Fatales, Grasset und Fassquelle, Paris 1983, ISBN 2-2-4-6-2-8-6-0-1-8, Deutsch, Die Fatalen Strategien, Mattes und Zeitz, München 1985, ISBN 3-88221-3-5-4-X, L.O. Trepaluimeme, Editions Galileo, Paris 1987, ISBN 2-7186-8, 030-0-7-0, Deutsch, Das Andere Selbst, Passagen Verlag, Wien 1994, ISBN 3-8-5-1-6-5-1-2-0-0, Améric, Grasset, Paris 1984, ISBN 2-246-3-4-3-8-1-X, Amerika, Mattes und Zeitz, München 2004, ISBN 3-88221-3-7-1-X, Cool Memories, Deutsch, Cool Memories, Mattes und Zeitz, München 1989, FF, Punkt, 1980-1985, 1989, ISBN 3-88221-2489, 1985 zu 1990, 1990, 1990 zu 1995, 1995, 1995 zu 2000, 2003, 2000 zu 2004, 2007, L. An 2000, Nepassera, P.A.S., Deutsch, Das Jahr 2000 findet nicht statt, Mehrwe Verlag, Berlin 1990, ISBN 3-883-9607-6-4, De La Seduction, Den Öl, Paris 1989, ISBN 2-0-7-0-3-2-4-6-5-6, Deutsch, Von der Verführung, Mattes und Zeitz, Berlin 2012, ISBN 978-3-882-21-6-5-9-2, L'Illusion de la Fin, Edition Galilée, Paris 1992, ISBN 2-7-1-8-6-0-4-1-1-5, Deutsch, Die Illusion des Endes oder der Streik der Ereignisse, Mehrwe Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-883-9-6-1-1-6-7, Le Crime Parfait, Edition Galilée, Paris 1995, ISBN 2-7-1-8-6-0-4-4-8-4, Deutsch, Das perfekte Verbrechen, Mattes und Zeitz, München 1996, ISBN 3-882-2-1-2-7-4-8, mit Boris Greuss, Die Illusion des Endes, Das Ende der Illusion, Cepos Köln 1997, ISBN 3-9-3-2-5-1-3-0-1-0, Le Change Impossible, Edition Galilée, Paris 1999, ISBN 2-7-1-8-6-0-5-2-1-9, Deutsch, Der unmögliche Tausch, Mehrwe Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-883-9-6-1-6-1-2, Mords de Passe, Paufert, Paris 2000, ISBN 2-7-2-0-2-1-3-9-8-5, Deutsch, Passwörter, Mehrwe Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-883-9-6-1-7-9-5, Les Paroxysistes indifferents, Grasset, Paris 1997, ISBN 2-2-4-6-5-3-0-7-1-7, Deutsch, Paroxysmus, Passagen Verlag, Wien 2002, ISBN 3-8-5-1-6-5-5-2-1-4, mit Jean Nouvel, Les Objets Singuliers, Architecture et Philosophie, Alle Paris 2013, ISBN 978-2-3-6-3-0-8-0-1-0-3, Deutsch, Einzigartige Objekte, Architektur und Philosophie, Passagen Verlag, Wien 2004, ISBN 3-8-5-1-6-5-5-8-9-3, Les Pêtes de Lucie, Die Deolintelligence du Mal, Edition Galilée, Paris 2004, ISBN 2-7-1-8-6-0-6-4-9-5, Deutsch, Die Intelligenz des Bösen, Passagen Verlag, Wien 2006, ISBN 3-8-5-1-6-5-7-4-5-4, mit Enrique Valiente Nuales, Les Exiles du Delo, Edition Galilée, Paris 2005, ISBN 2-7-1-8-0-6-5-5-X, Deutsch, Gesprächsflüchtlinge, Passagen Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-8-5-1-6-5-7-8-0-7, Porc-Voy-2-N-A-T-I-L-P-A-S-T-I-A-DES-BARU, El Herne, Paris 2007, ISBN 978-2-8-5-1-9-7-6-7-9-6, Deutsch, Warum ist nicht alles schon verschwunden? Mathes und Zeitz Berlin 2008, ISBN 978-3-8-8-2-2-1-7-2-0-9, Alhombre des Majorites Silenziöses Houlaphine du Social, Dignel Gontier, Paris 1982, ISBN 2-2-8-2-3-0-2-2-6-5, Deutsch, Im Schatten der Schweigenden Mehrheiten oder das Ende des Sozialen, Mathes und Zeitz Berlin 2010, ISBN 978-3-8-2-2-1-6-9-3-6